Und tschüss! Ja, passt doch. Aber ich will sie nicht länger aufhalten. Fünfter Flotte Ende. Ich habe gemeint, hier kann man eine Nebenmission erfüllen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Nebenmissionen. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich bin froh, dass Sie in der Gegend waren, Commander. Wir haben einen Notfall und Sie sind der Einzige, dem ich diesen Job anvertrauen kann. Okay. Wie kann ich helfen, Admiral? Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation mit einer psychotropischen Droge angegriffen. What? Die Drogen haben die Forscher vorübergehend verrückt gemacht. Und die Biotika nutzen sie nun als menschliche Schilde. Was? Wenn ich auf alles schieße, was sich bewegt, müssen also viele Forscher sterben. Genau. Ein normales Team würde mit den Biotikern fertig. Aber dann würden bei der Operation viele Forscher ihr Leben verlieren. Darum habe ich an Sie gedacht. Ich hoffe, dass Sie die Verluste minimal halten können. Auf jeden Fall. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um diese Forscher zu retten, Admiral. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten der Station. Fünfte Flotte Ende. Alles klar. Hier können wir vielleicht mal kurz die... Eden Prime. Ach ja. Eden Prime, ja, ja. Kann man wirklich keine Rohstoffe hier abbauen? Das wundert mich jetzt gerade nirgendwo. Ach, Leute. Leute, was ist denn mit euch? So. Vorbildlich. Hä, wieso? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Egal. Äh. Ach so, hier. Weitere Nähmission. So, jetzt müssen wir die Aufträge einfach nacheinander abarbeiten, würde ich sagen. Atmis Tau Cluster. Lokaler Cluster. Ah, dort, dort. Ich weiß, wo der ist. Amazon System. Äh, warte mal. Im wo? Voyager Cluster. Oh, Hawking Eater Cluster. Das sind überall. Das sind alles andere Orte, ja. Moran See. Hades Gamma Cluster. Ja, das ist überall woanders. Ja gut, dann gehen wir zuerst hierhin. Äh, äh, äh. Dann gehen wir zum lokalen Cluster. Äh, der ist hier, also. Oh, let's go. Ah, oh, let's go. Ähm. Ach lol. Geil, das ist der... Oh, das sind... Oh, wie cool. Das ist das Sonnensystem. Ah, deswegen so. So, geil. Das ist ja mal genial. Erde. Yay. Jupiter. Und Saturn. Oh, wie genial. Und deswegen heißt er auch eine lokale Klasse, schätze ich mal. Ah, aber da gibt's eine Bevölkerung. Auch auf dem U-Wand. Das ist cool. Pluto. Pluto. Er stellt sich mir nur die Frage. Nein, das ist der Einzige. Wo ist denn jetzt... Unsere Missionen dort? Äh... Hier. 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 Die außer Kontroll geratene V.I. Des Erdenmondes. Ah. Also auf dem Mond. Okay. Cool, wir können auf den Mond. Yeah. Wo ist der Mond? Ah, dort. Ach, Luna. Luna, so. Landen. So, kümmern wir uns mal um diese kränke V.I. Nein, Ashley, warum? Ach man. Ich vermisse sie jetzt schon. Ashley war echt cool. Vor allem hat sie... Faul... Vor allem hat sie auch mal Tacheles gesagt. Wenn ihr was nicht gepasst hat, hat sie das sofort gesagt. Das... Das fand ich richtig genial an ihr. Äh, wo ist die Erde? Oh, guckt mal, Leute. Da hinten ist die Erde. Da hinten ist die Erde. Cool. Ähm. So, erstmal hier hin. Oh, wir können auf dem Mond rumcruisen. Leute, wie geil ist das denn bitte? Richtig geil. Boah, was für ne riesen Fläche. Hier. Tö, 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 tö. Jippie. Juhu. 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 Ach, da hinten sind Trümmer. Luna. Eierabend mit Kuh. Oh, 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 oh. Boah, das war richtig knapp. Aber ich hab's geschafft. Sehr schön. Okay, das hätten wir erledigt. Äh. Denken müssen wir hier hin. Ach, da. Was, wir müssen da rauf? Hm, das sieht ganz so aus. Komm, Mecko. Komm, komm. Rauf mit dir, rauf mit dir. Jawohl. Sehr schön. Gut gemacht, gut gemacht. Und nächster. So. Ach, da hinten. Okay, alles klar. Hm, was war denn das für ein Geräusch? Egal. Aber was? Oh Gott, die Feuerwehr auf uns. Hört auf. Hört auf damit. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Bam, okay, das war der erste. Zweite. Ach, da hinten sind noch mehr. Oh Gott. So. Und die letzten dort werden platt gemacht. Bier. So, das war's. Sogar perfekt getimed mit der Überhitzung. Nice. So, ich schätze mal, ich muss in allen drei nachgucken, was. Sieht so aus. Sieht so aus. Alter, die Musik, ey. Reaper. Eine Sniper heißt Reaper, ey. Wie geil ist das denn? So, wir haben sowieso mehr als geniegend Universal-Gel, ganz ehrlich. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Too many. Oh fuck. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das war knapp. Ja, Raketendrohne. Du mich ja auch. Ja. Oh man, ich muss hier aufpassen. So, das war's mit dir. So, das hätten wir auch erledigt. Wie hier. Hey, wo sind denn hier noch? Ach, Feinde sind in der Nähe. Sieht ganz aus. Aber mal jetzt sind keine Feinde in der Nähe. Jetzt kann ich auch speichern. Sehr gut. Gut, wir müssen eh am Beinauerteil. Also guck's von mir aus. Giftgas wird... Was? Giftgas? Shit. Oh, what the fuck. Nimm das. Ich zerstöre alles. Juhu. Die Lichter auf der optischen Anzeige blinken auf und verlöschen. Einer der drei. Aha. Ach, einer der drei. Ja gut, da muss ich eh zu allen hin. Ob ich will oder nicht. So, gut, jetzt ist hier eh nix mehr, schätze ich mal. Na, das können wir vielleicht auch noch das tun. Keine Ahnung, was das bringt, aber... Mach ich's einfach mal, wenn ich sie schon... ...sehe, warum nicht? So. Äh, ja, von hier sind wir gekommen. Okay, sehr schön. So, das war der erste. Fehlen noch die anderen zwei. Babadabam, 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 babadabam. Dadadadadam. So, den hier hätten wir mal. Ich kann mit der Sniper nicht mal reinzoomen. Ey, das ist richtig schlimm. Oh, fuck, von hinten. Bastarde. Bastarde. Damn, fress. Oh shit, oh shit. Jetzt warte, jetzt camp ich hier einfach. Ist mir egal. Komm, Medi, geh schneller. So. 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 Gut. Ja, jetzt müssen wir diese ganzen V... I... Oh, Mann, Alter, die Explosion killt mich jetzt hier gerade fast. What? Das wäre echt peinlich gewesen, muss ich sagen. So zu sterben, das ist nicht schön. Wieso hat der überhaupt den Helm noch an? Ach, wegen dem... Ja, Tatsache, wegen dem Giftgas, was? So. Was, die Bombe hat überhaupt nichts gebracht? Wow, Schilde. Das nützt euch auch nichts mehr. Mann, das mit der Überläufe nervt. So. So eine schlimme behinderte Verband kann mich nicht aufhalten. Ha, 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 ha. Oh, Mist. So, unerwartete Unterbrechung. Ähm... Ja, dann nehmen wir alle. Äh... Da haben wir eine neue Pistole. Äh, äh... Oh. Die gute Tali braucht nur ein neues Equipment. Oh, auf jeden braucht die neue Equipment. Äh, das ist eine echt gute Shotgun von... Moment, Moment. Ist die Shotgun besser als meine? Nee, okay. Dann kann sie Tali haben. Aber vorher nicht. Ähm... Moment, ähm... Nein. Hä? Ne, die hier wollte ich eigentlich so. So, äh... Was haben wir hier? Geben wir hier mal das hier. So, zack. Und nochmal zwei Punkte. Cool. Ähm... Erweiterisches Werfen auf jeden. Heben. Oh, das ist cool. Ja, heben mach ich auch. Guckt euch das an, Leute, ey. Das bisschen abtrünnig. Das hab ich, glaub ich... Ah, nein, ich hab doch... Ich glaub, im ganzen Spiel hab ich höchstens zweimal... Äh... Etwas Abtrünniges gemacht. Das eine Mal war ja hier auf Wörmeyer. Und das andere Mal war, glaub ich, recht am Anfang oder so. Aber schaut euch das an. Fast nur vorbildlich. Ja, nicht schlecht. Not bad at all, so. Jaja, VI-Röhren zerstören, bla bla bla. Wieso dumm Teufel helft ihr mir nicht hier beim Zerstören, Leute? Ich bin schwer enttäuscht von euch. So. Da hätten wir die zwei erledigt. Und gespeichert. Sehr schön, sehr schön. Ha, als ob so eine Wand mich aufhalten würde. Bäm! Ich zerstöre eure Wand. Im Handumdrehen. Ich... Ja, was mie... Ich weiß, aber... Ich weiß, wie es ist, wie es da ist.